Moment, okay. Den Schläger hab ich schon mal ausgewählt. Dazu brauchen wir aber ein Motorrad. Da steht ein Motorrad, drüben, an der Ampel. Hier. Hier steht ein Motorrad. So. Ich hab einen Stern. Du sollst dich also beeilen. Ja, ja, ich steh hier direkt an der Ampel. Ja, ich steh hier an der Boah, ich hab dich Ich mein, ich hätte dich getroffen. Okay. Ja, ich hol dich ab. Ja. Juhu. Oh Gott, Motorradfahren, das kann doch gar nicht gut gehen. Das ist... Terminator oder was? Mit Schrotflinte. So. Uah. Hey, das macht Fun. Über den Bürgersteig fahren. Juhu. Vorsicht. Od. Ohohohohohoho. Ohohohohohohohohohoho. Ähm, warte mal. Ja. Where? Where? Screw you! Sorry! Sorry! So. Oh! Boah, das geht doch nie im Leben gut. Entschuldigung, Vorsicht. Genau, tut mir leid, Vorsicht. Huch. Bitte? Ja, das, ja, das habe ich auch das Problem. Oh, aua. So. Nein, warum schießt der? Es gibt doch nicht. Auf zu schießen. Gott. Wee. Ne, das Apartment gehört doch nicht mir, oder? Ne, Moment, wo war denn meins? Ach, da oben ist meins. Ja, da wolltest du. So. Wah, wah. So. Doch. Ach so, ja, muss ich auch steigen. Was kann ich nicht? Ah, die Polizei. Ja, ja, die Polizei. Die Polizei. Ei, Mann. Ich gehe einfach in meinen Pool. So. Ich verstecke mich hier. Hier findet mich keiner. Bist du dich ja gerade am Anlegen mit denen. Hm, man merkt's. Der Heli kommt in mich. Der scheiß Heli hat mich gesehen. Ich mache hier nichts. Ich tue hier nichts. Bleib stehen. Die soll nicht wegrennen. Wo ist die hin? Bleib stehen, Mädchen. Boah. So. Du, 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 du. Immer auf den Kopf drauf. Den Kopf drauf. So. Lester hat angerufen. Sehr schön. So, jetzt kann ich auch nach Hause. Ne, ich habe keine mehr. Ich habe sie, äh, bin sie alle losgeworden bis jetzt. Asshol. So, mal eben nach Hause. Suck mal, Kuck. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nur weil ich einen Baseballschläger in der Hand habe? Weil ich so scheiße aussehe? Oder warum? Darf man keine Waffe in der Hand halten, wenn man hier rumläuft? Mann, gibt's denn sowas? Kocknacker. Was ist Kocknacker? Was will denn von mir? Ach komm. Ey, das glaub ich ja jetzt nicht, ne? Mann, ist echt, mein Lister nochmal anrufen. Okay. Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. Gott sei Dank sind die jetzt weg. Mann, jetzt verzieht euch vor mein Grundstück, ihr Pissbullen. Oh mein Gott. Ja, mit nem Heli. Mit nem Heli. Ich hab schon mal den Heli gerufen. Hm? Der Heli. Der Heli, Heli. So. Ab zu Garage. Zu Geresch. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Aha, aha, aha. Wow. So. Ähm, mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. So. Okay, nee, wusste ich nicht. Hast du wieder Sterne? Nee, oder? Gut. Kannst mal bei mir einsteigen. Okay. Äh, weiß ich nicht, von hinten vielleicht da irgendwie so aufs Dach klettern? Ja, die sind da immer am Pool. Was ist, äh. Ja. Magst mal mitfahren? Hm. Ist das dein Heli? Ach nee, das ist ja Polizei-Heli. Warte, kannst du einfach hier über mein Auto klettern. Ja, aber ich darf jetzt nicht zu nah an der Garage fahren, weil sonst fahre ich rückwärts rein und das Spiel ist wieder beendet. Ja, weiß ich nicht, ob er das dann zählt. Ich hab keine Ahnung. Ja, so, doch. So geht's. So müsste es eigentlich gehen. Nee, das ist das Auto zu niedrig für. Leider. Ja, ich steig mal ein. Nee, der ist noch da. Bei mir ist er noch da. Das glaub ich auch. So. Ich muss mal eben. Ich muss mal eben was erledigen. Komm mal mit. Das ist schon lange. Oh ja. Schon lange vorhatte. Bitte? Ja, ja. Ja. Okay. Der, 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 ich glaub das ist der Ford. Boah, wie heißt der? Den gibt's nur in Amerika. Nee, Kuga? Nee, Kuga war das nicht. Irgendein Ford ist das. Ja, ja. So. Ja, ich hab's zu hupen. Mein Gott. Ja, ich hab's zu hupen. Okay. Wurde ich schon immer mal machen. Hehehehe. So, Auto gewaschen. Schön blitzeblank. Ja. Ja, 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 ja. Was ist denn da? Ein grünes Auto oder was? Uh, der ist aber schick. Oh. Oh, grüner Nebel. Komm, ich stehe immer so richtig so angeberisch hier auf den Parkplätzen, so. Insider-Tuning-Treff oder sowas. Hehehe. Heemen! Ja. Hehehehe. 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 Ähm, den rechten Stick reindrücken. Hehehehe. Geiler Tuning-Treff hier, Mann. Das Parkplatz-Treff. Parkplatz-Treff an der Autobahn ist das. Hi, Süßer. Na? Bock ne Runde mitzumachen? Hey. Ich hab ne Socke auf den Kopf. Hehehehe. Ich hatte einen Sacken-Affen-Kopf. Achso, ich wollte genau, ich wollte einkaufen. Oh nein, oh, sorry, sorry, sorry. Ich wollte, ich wollte einkaufen gehen. Ich wollte einkaufen. Mann, guckt den doch nicht an. Wieso guckt der den die ganze Zeit an? Mann, ich wollte einkaufen gehen. Das ist wie er läuft. Ich will einkaufen gehen. Ich wollte noch ein bisschen... Was denn? Jetzt kann ich... Jetzt kann ich wegen dir nicht einkaufen gehen, weil ich hier reingeboxt worden bin. Das... So, jetzt aber quitt. Aua! Aua! Oh! Oh! Mann, fuck. Wie weicht man denn nochmal aus? Wie war das denn nochmal? Ja, ja, stimmt. Äh, wo bin ich? Wo spawn ich denn? Ach da, okay. Da ist die Tankstelle. Ich komme schon! Hihihihihihi! Daaaah! Was ist denn hier los? Uah! Okay, die wollten sich grad zu zweit auf einen Beifahrersitz setzen. Da ein Auto wurde beschlagnahmt. Uh! Ja! Ich glaube schon. Boah, der Bulle, der fährt gleich die Zappsäule um. Ich seh das schon kommen. Boah! Puh! Weiß was, das knallt dann hier? Weiß wie das knallt dann hier? Weiß wie das knallt dann hier? Hihihihihi! Wieso, können wir doch ganz leicht wieder machen, dass sie wieder herkommen, oder? Da sind's noch... Boah, das... Boah! Da sind sie wieder! Dieses herrle Spinni! Jetzt kannst du, wenn du möchtest, gerne mal... Ach du Scheiße. Das ist gar nicht so gesund hier zu stehen, was ich hier mache. Nalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ne, ich will nicht, dass mein Auto beschlagnahmt wird. Ich hau ab! Ich hau ab. Mach mal, lass mal, lass mal die Tankstelle hochgehen. Boah! Hohohoho! boah scheiße oh ich hab drei sterne wir sollten mal lieber irgendwie verschwinden wie no doch wo bist du? ach da ich komme ich komme schon oh uaah ich muss weg Jesus Hilfe uaah what the fuck what the fuck zum Strand runter jetzt fuck man hier ist ein scheiß Bulle und der Heli sieht mich noch Mann ist doch kacke sowas ich rufe Lester an ist leichter aber ich da keinen Stress mit stop me a fekel so okay 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 oh my god bist du mit dem Heli unterwegs? okay so ja ja ist hier nicht irgendwo da ist auch ein Parkhaus ne oder? ne du nicht das ist ein Haus das ist kein Parkhaus uaaah ja ja sorry ja dann hast du den nicht ja gut ja gut aus dem Heli weiß ich nicht ob du den da immer hast das weiß ich nicht you a loser sagt der grad zu mir okay so ich glaube hier sind irgendwo Parkplätze ja genau hier sind Parkplätze so ihr werdet es mir jetzt gemütlich machen denn wir haben jetzt gleich viertel vor 8 ich hab ja zwar gesagt um 8 Uhr gibt's ne Pause aber jetzt ne kleine Pause wär gar nicht mal so schlecht und gar nicht mal so verkehrt so mal kurz hier anhalten in den Passivmodus wechseln ähm jetzt muss ich mal gucken wie war der nochmal der Passivmodus wie konnte ich den nochmal aktivieren Einstellungen oder wo war der nochmal wie war der nochmal der Passivmodus wie konnte ich den nochmal aktivieren Optionen ne Passivmodus aktivieren genau achso äh genau ich hab ihn ich hab ihn eigentlich aktiviert der müsste jetzt an sein ja so dann würde ich mal sagen machen wir jetzt ne kleine ein kleines Päuschen und dann geht's gleich spannend weiter in der Let's Play Live Show mit dem 24 Stunden Marathon und ähm ja ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben also bis gleich